Wir haben Neuzugang. Juliana, Mikrobiologin, hat wirklich sehr lange, monatelang daran jetzt gearbeitet. Es ist vollbracht. Wir haben herausgebracht Bio-Probiotika plus Präbiotika. Und nein, es ist nicht ein Konglomerat von hunderten oder zehnfachen Bakterien, die alle gut sind und die sich aber alle nur gegenseitig blockieren und man im Endeffekt nichts spürt. Nein, wir haben wirklich explizit nur die Bakterienstämme, die in eine Richtung laufen und die sich nicht gegenseitig blockieren, für euch herauskristallisiert. In wirklich zusammengepressten Informationen hier aus Kontrollstudien, randomisierten Studien, ganz ganz toll, damit ihr davon profitieren könnt. Abonniert auf jeden Fall ihren Kanal, da bekommt ihr Informationen, die es weltweit so in diesem Kompaktheit nicht gibt. Wirklich, auf kostenloser Basis, sehr gerne da vorbeischauen. Dort wird dann dementsprechend die Folgevideos zu unseren jetzigen Produkten, die jetzt auf purazell.de da sind, vorhanden sein. Ich starte heute mit dem ersten Video zu unserem ersten Produkt, die es natürlich auch alle auf purazell.de jetzt quasi explizit gibt. Vor ein paar Minuten sind sie quasi online gegangen. Und zwar ein kleiner Beitrag unserer monatelangen Arbeit. Wir fangen zum ersten Produkt an. Probiotik Wellness heißt es. In diesem Video möchte ich euch heute erklären, welche Auswirkungen unsere Darmflora bzw. unsere Darmbakterien im Speziellen auf unseren Stoffwechsel und unser Gewicht haben können. Wie wir mittlerweile alle wissen, gehören Übergewichtsstoffwechselerkrankungen wie Diabetes Typ 2 zu ernährungsbedingten Zivilisationskrankheiten. Durch die Fortschritte in der Analysetechnik haben wir in den letzten Jahren gezeigt, dass eine unausgewogene Ernährung die Zusammensetzung unserer Darmflora dramatisch beeinflussen kann. Eine Vielzahl von Studien überlegte mittlerweile den engen Zusammenhang unserer Darmflora mit der Erstehung von Übergewicht, Adipositas und anderen Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes und damit auch Nervenschädigungen und so ziemlich alle Folgekrankheiten. Es gibt zwar bisher noch keine allgemeingültige Aussage darüber, ob eine veränderte Darmflora die Ursache oder die Konsequenz für diverse Erkrankungen sind, allerdings wissen wir, dass sich unsere Darmflora durch Veränderung unserer Ernährung beeinflussen, mitverändern lässt. Was meiner Meinung nach ein aussagekräftiger Beweis ist dafür, dass die Ernährung einer der wichtigsten Faktoren für die gesunde oder ungesunde Darmflora ist. Bei der Untersuchung übergewichtiger Mäuse und Menschen zeigte sich immer wieder ein Ungleichgewicht innerhalb zweier Gruppen. Und das ist ganz wichtig, nämlich den Bakteroidetes und Firmicutes. Das sind zwei Bakterienstämme, die ganz, ganz wichtig sind. Bei der Bestimmung der bakteriellen Zusammensetzung von Stuhlproben zeigte sich sowohl bei Menschen wie auch bei Mäusen in fast allen Fällen ein verschobenes Verhältnis zwischen diesen beiden Gruppen. Wie ihr hier in dieser Grafik sehen könnt, ist der Anteil der Firmicutesbakterien bei übergewichtigen Patienten mit zum Beispiel Diabetes Typ 2 stark erhöht und im Vergleich die Gruppe der Bakteroidetesbakterien kleiner als bei der gesunden Vergleichsgruppe. Und genau dieses Ergebnis liefert auch Untersuchungen der Bakterienzusammensetzung und Mäusestudien. Die schwarzen Balken repräsentieren hier in der Grafik die Firmicutesbakterien und die weißen Balken die Bakteroidetes. Kurz zur Erklärung der Begriffe Firmicutes und Bakteroidetes. Firmicutes und Bakteroidetes sind eine Gruppe von Bakterien, die zu einer gesunden Darmflora in jedem Fall dazugehören. Sie sind also keineswegs schädlich. Im Gegenteil. Sie gehören zu den nützlichen Darmbakterien und helfen uns, unsere Nahrung zu verwerten. Und viele produzieren auch nützliche Stoffwechselprodukte wie kurzkettige Fettsäuren. Dazu habe ich sehr ausführlich in meinem letzten Video berichtet. Und die als Energielieferant dienen und unsere Darmzellen so gesehen schützen und versorgen. Aber wenn dieses Verhältnis in diesem Fall zwischen den Firmicutes und den Bakteroidetes aus dem Gleichgewicht gerät, dann können daraus eben gesundheitliche Probleme für den Wirtsorganismus, in dem Fall für den Menschen, resultieren. Und ein solches Ungleichgewicht nennt man dann Dysbiose. Die Ursache für das resultierende Übergewicht liegt vermutlich in den Stoffwechsel-Eigenschaften der Bakterien. Den Firmicutes können unverdaute Nahrungsbestandteile besser verwerten und in Energie umwandeln. Das Ergebnis, es werden mehr Kalorien aus der Nahrung extrahiert als zuvor. Das, was früher ein großer Überlebensvorteil als Nahrung nicht mehr verfügbar war, aber in heutiger Zeit mit unserem Überangebot von Nahrung und gleichzeitig Bewegungsmangel entstehen, daraus schnell gesundheitliche Konsequenzen wie eben Übergewichtsstoffwechselerkrankungen, Diabetes und damit alle möglichen Folgekrankheiten. Bei der spannendsten Beobachtung in der Mikrobiomforschung der letzten Jahre, wie ich finde, dass übergewichtige Mäuse, die per Infusion die Darmflora ihrer schlanken Artgenossen bekam haben, ebenfalls wieder, guess what, schlank wurden. Zunächst übertrug die Forscher die Darmbakterien von weiblichen Zwillingspaaren, von denen die eine schlank war und die andere adipös. Auf sogenannte gnotobiotische Mäuse. Das sind Tiere, die seit ihrer Geburt in keimfreien Käfigen gehalten wurden und deshalb keine Darmflora entwickeln konnten. Die Fäkaltransplantation hatte eine unmittelbare Wirkung auf die Tiere. Nach Übertragung der Darmbakterien des schlanken Zwillings blieben die Mäuse schlank. Nach der Übertragung der adipösen Darmflora nehmen die Tiere zu. Bei gleichem Nahrungsangebot. Das kann vielleicht auch immer der Grund sein, ihr kennt vielleicht einen Freund, der immer so viel essen kann, wie er will und er nimmt trotzdem nicht zu. Das könnte hier eine Erklärung für dich sein. Die Analyse der Darmflora zeigte, dass die Darmbakterien der schlanken Tiere vermehrt Kohlenhydrate verdauen, während die Darmbakterien der adipösen Tiere mit dem Organismus zusätzlich Aminosäuren für den Stoffwechsel zur Verfügung stellen. Da Menschen nicht keimfrei aufwachsen, dürfte dieses Experiment keine klinische Reservanz haben. Interessanter sind die Ergebnisse einer zweiten Versuchsreihe. Dieses Mal wurden Mäuse mit einer schlanken Darmflora und einer adipösen Darmflora zusammen in einem Käfig gehalten. Da Mäuse kurophil sind, also die Exkremente anderer Tiere oral aufnehmen, kommt es schnell zu der Durchmischung der Darmflora. Dies hatte zufolge, dass die adipösen Tiere abnahmen, während die schlanken Tiere ihr Gewicht halten konnten. Die Adipositas-Therapie war allerdings nur erfolgreich, wenn die Tiere eine ausgewogene Nahrung erhielten. Bei einer eingeschränkten hochkalorischen Kost, wie sie heute in den Industrieländern üblich ist, funktionierte die Transfer nicht. Nach dieser Studie dürfte eine Fäkaltransplantation nur funktionieren, wenn sie mit einer Umstellung der Ernährung verbunden ist. Unter dieser Voraussetzung können sie allerdings eine Diät unterstützen, die weiterhin notwendig bleiben dürfte. Mittlerweile gibt es auch die ersten kleinen klinischen Studien, in denen bei Menschen untersucht wurde und erste vielversprechende Ergebnisse zeigen. Wie zum Beispiel eine verbesserte Insulinsensivität bei Patienten mit metabolischen Syndromen. Unsere Darmbakterien haben demnach eine direkte Wirkung auf unseren Stoffwechsel und können unsere Darm-Hirn-Achse beeinflussen und somit auch Geschmacksrezeptoren, Stimmungen, Handlungsimpulse sowie Essverhalten und Appetit regulieren. Dadurch eröffnen sich nun auch therapeutische Möglichkeiten zur Unterstützung Behandlung von Übergewicht und Stoffwechselkrankungen durch Prä- und Probiotika. Zum Beispiel zeigte die orale Gabe von Lactobacillus rhamnosus in einer randomisierten und placebo-kontrollierten Studie ein verbessertes Sättigungsgefühl, vermindertes emotionales Essverhalten und speziell bei Frauen einen signifikanten Gewichtsverlust als in der Placebo-Gruppe. Bifidobacterium Lactis konnte gleich in zwei randomisierten Kontrollstudien ebenfalls zu einer deutlichen Abnahme des viszeralen Bauchfetts beitragen und reduzierte das Hungergefühl und dadurch auch die allgemeine Kalorienaufnahme im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Dieses Ergebnis konnte sogar in der Vergleichsgruppe ohne die Zugabe eines präbiotischen Zusatzes beobachtet werden. Was für eine alleinige Wirkung des probiotischen Bakteriums spricht. Und auch die probiotischen Bakterien Lactobacillus plantarum und Bifidobacterium breve zeigten in mehreren klinischen Studien zusammen mit anderen probiotischen Bakterien bei übergewichtigen Probanden eine Reduktion des Körpergewichts des Body Mass Index und einem geringeren Hüftumfang. Wer näheres zu diesen Bakterien erfahren will, kann sehr gerne auch nochmal auf unserer Homepage vorbeischauen. Lactobacillus plantarum zeigte zudem in mehreren randomisierten Studien eine allgemeine verbesserte sportliche Ausdauer bei den Teilnehmern und eine Reduktion des Körperfettanteils sowie eine Zunahme der Muskelmasse. Das klingt doch vielversprechend. Die orale Gabe von Probiotika könnte also eine unterstützende therapeutische Maßnahme bei Übergewicht und anderen Stoffwerkserkrankungen darstellen. Da sie dabei helfen können, ein vorhandenes Ungleichgewicht im Darm zu regulieren. Die Auswirkungen der richtigen Darmbakterien auf unsere Darm-Hirn-Achse ist dabei ein wichtiger Bestandteil, um beispielsweise Hunger und Sättigungsgefühle sowie Vorlieben für bestimmte Nahrungsmittel zu beeinflussen. Du bist, was du isst, bekommt dadurch also wieder eine ganz neue Bedeutung. Dankeschön fürs Zusehen, für mehr Infos auf purerzell.de, jetzt erhältlich genau diese Bakterienstimme, von denen ich hier rede und noch viele weitere, sicherlich sehr interessant, Einblick ist es definitiv wert. Nicht zu vergessen, Juliana zu abonnieren für absolut komprimierte Wissensmächte, die ihr da bekommt auf ihrem Kanal. Sehr gerne auch da vorbeischauen, den Daumen nicht vergessen, nächstes Mal wieder einschalten und den Kommentar, ich lese ihn sehr gerne. Dankeschön für deine Zeit, bis gleich auf purerzell.de. Dankeschön für's Zuschauen.